Hallo, ich bin Janina. Ich spiele beim ersten Norderstädter FC. Ich präsentiere euch heute den Witz der Woche. Und zwar, ein Mann geht zum Doktor und sagt, Doktor, Sie haben doch dieses Stärkungsmittel verschrieben. Sagt der Doktor, ja, was ist denn damit? Sagt der Mann, ich kriege die Flasche nicht auf. Ja, das war der Witz. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ja, das war der Witz.